Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 Also, wenn ich mich erinnere, müssen wir jetzt glaube ich diese Probe von diesem Mittel jetzt kühlen, oder? Habe ich mal... Ähm... Wie sieht's aus? Also müssen wir in diesen Kühlraum, in dem wir ja schon mal waren Nimm das! Du musst doch was, musst du haben! Naja, naja, ich sollte jetzt halt... Hoffe ich auf jeden Fall keine Arten aussparen, um jetzt, äh, Dingels... Ich hoffe ich kann nur... ...un Atem herstellen, um später auch mit deinem Bosskiner... ...und wieder auf die Einladung der Bosskiner fährlich zu werden... Also... ...müssen wir wieder den Weg runternehmen... Oh ne... So, okay... So und hier entlang... Okay, also... ...nur... stimmt ja also erledigt weiter links weiter so ist das hier so ok auf geht's dann so wer für diese pfanzer jetzt nicht aufwärts zu stören also da gehe ich sehr viel zurück wenn ich nicht gekommen bin aber vielleicht wäre er am weg ohne ok hat ja es wirklich nicht mehr wie ich gekommen bin und das nein scheiße weg von mir ja woher wollen wir es besser nicht wieder nehmen also wahrscheinlich ist er nicht gut gegangen ich muss wahrscheinlich auch sparen können so ok jetzt hier entlang wir sind beiden pläten zum wieser in acht nehmen wo ist jetzt noch einer ne es sind zwei so wahrscheinlich der unkaufwärter bekommt kommt so er wird jetzt runtergefallen so jo jo ist klar so na na wollt ihr jetzt aber nicht mehr natürlich den schiffler suchen auch krebsche führungspersonal den schiffler führungspersonal zugangs führungspersonal was zugangs mit führungspersonal zugangsrechten ach so so kombinieren so hau ne so aber die hat ja die 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 Leben eigentlich waren nur au ca hier ist erf 실�ne gewesen und erst weitere gefehler zum boot gefällt gewesen und es darf zu wollen wenn ich alle gegriffen bin ich tot ok manche ob ich einfach alles rausschneiden kann ich habe das rausschneiden wie ich die eigene stummelte Seite schaue ich mal doch mal ich habe mich auf der schättern ich habe mich auf die schättern ich habe mich auf die schättern Ja, hier müsste ich eigentlich wieder wohin dastehen. Wohl auch nicht. Hält mich doch. Was? Hau schnitze. Michael, wurde er schon zerstäubt oder? Ich glaube, ich bin mir nicht ruhig, du hast doch schon zerstäubt. Ich habe auch, wenn ich denn irgendwas zerstöbe jetzt, dann steht der SPI wieder auf. Jetzt, so, ähm. Ach so. Das war schon, das war schon, ich hoffe er nicht da. Oh, hätte er vorher gewusst. Hätte er drin, wie ich gestorben bin. Lösung wird zerstört. So. 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 Okay, schnell. Jetzt müssen wir umgehen. Schnell wieder hier weg. So, wenn du dich halt vorerst. Aber wo bin ich? Darfst du mir zu holen? Das ist egal. Nein, scheiße. Wie seid ihr eigentlich schon? Endlich. Endlich. Ich bin jetzt nicht mehr auf leichter. Ich glaube, jetzt will ich viel sehen, wollen wir das auf leichter spiele. Da ist alles wenn du da. Dann ist alles besser. Und da. So. Okay. So. lösung wird zerstört ich wollte nicht mal was rumliegen sollte so kombinieren ok die soll ich besser erledigen und dann mache ich mir einige weiter granaten für den granatwerfer und dann dann können beide einpacken denn jetzt habe ich mir das voll von denen wirklich obwohl ich glaube ich glaube wenn der eine anfangen zu mir jetzt kommt bevor ich jetzt den raum für die für die ganzen weg ja ich dann sieht natürlich blöd aus aber naja ich hätte schon was ein so lösung wird zerstört das haben wir schon gesehen blablabla diesmal nicht freundchen ok der ist wahrscheinlich wieder drin weil er nicht hier ist von daher da ist er da für einer super obwohl ich kann aber ich kann ja glaube ich ein also wir müssen jetzt haben wir sie wissen ja hier ist nicht hier das sind so zwei ach du scheiße hallo hier bin ich ja genau schön hier entlang genau weil jetzt wieder auf der treppe sind dann kann ich los jetzt auch schnell so ok ach scheiße dann könnte ich ja gar nicht könnte ich ja erstellen scheiße nicht schon nein ok wisst ihr was dann weiß ich mal dass ich vorher runter gehen muss ok da gehe ich ja vorher runter diesmal gehe ich vorher mal zurück und mache mir diesmal mache ich ja vorher nur einige weitere granaten dann könnte ich mich garantiert einpacken machen ja das heißt das heißt man hat ich weiß ich habe es einige sicher sehen wollen wie ich die damiere äh, ich schneide es vielleicht doch aus, ich werde es noch ich nehme wie ich rausschneide das da seht ihr ja, wenn ich nicht sehe, wie ich gestorben bin, wird er ja alles ausgeschnitten haben wenn ihr gesehen habt, wie oft ich gestorben bin wenn ihr mich wieder sterben gesehen habt dann, naja, also, das ist ja vielleicht da hab ich entweder gar nichts oder ja, scheiße, er wird ausgeschnitten, also Momentchen mal Schreibbereihung, die zu herstellen ah, natürlich nein, nein, nein wird er Schießpuren, die Schießpurennutzung hm ah ach so, Schießpuren, die Schießpuren weiß war so eine, ähm äh, Verwechslung, so so kombinieren so so jetzt können wir den Zombie jetzt mal zeigen wer hier der Boss ist so jetzt 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 machen wir das auch so 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 Lösung jetzt zerstört so haben wir das kennen wir ja schon ja, ja, bla bla, das haben wir schon gehört und so so ok ok der wissen wir schon etwas und der ist dann noch hier ist normal zu suchen nur für das kraut heißt es nicht wert sowieso nicht von daher sind wir hier schon als doch heute eine vergiftung und ich weiß wirklich schon ganz viel vergiftet war so jetzt können wir uns wieder auf zugreifen brian catwrights posteingang abzina bierke betrefft biete die erhöhte sicherheit was ist ein was ist nicht eines der spion geworden letzten monat drei diesen monat sogar vier und das sind nur die die wir erwischt haben sorgen sie für sicherheit catwright oder wollen sie enden wie ihre vorgänger ich schränke außerdem ab heute den zugang zum westbereich ein informieren sie alle anfangen frauquartier die mit geld zu tun haben die chefsträger tragen sowieso nichts zu diesem projekt bei absender nur reply automatisch generierte mail treff warnung monatlicher zugang fest und dieser zugang festgestellt unhoffentlich dadurch monatierte mitarbeiter im muss bei verkehrt 451 wenn die jahre wohl ich weiß ich weiß ich habe es abend von wien nie tage anschauen ist anschauen was es ist ich habe es ja alles überlegt jetzt sicher ich habe mich noch mit den zombies anzulegen vorgänger von der schau dass wir weiter können gegen die spion ich nehme die spion ob wir da jetzt auch noch einen Raum finden, wo wir das Zeug ablegen können und alles verwenden können, der aber nicht zu heilen dabei, oder? Ne, haben wir nicht. So, da haben wir die Nukasette. Ach, was haben wir denn hier? Was hast du denn hier noch? Eine Granate? Okay. Was ist jetzt noch mitzuholen? Ach, zumindest können wir hier schon wieder einschalten. Okay, AWS. Ähm. Super. So. Jetzt haben wir wieder Strom. Ah, jetzt brauchen wir das hier auch nicht mehr. Super. So, ab dann rein damit. So. Und wo ist jetzt diese Schienpistole? Ah, das ist ja super. So. 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 können sie es trotzdem noch mal an was zum teufel sollte das wir hatten befehl ihnen leben zu fassen wir sind drin doch es gab widerstand wir mussten die zielpersonen ausschalten nur die proben also abmarsch wir wüssten als der eine proberie sehen haben hatten wir ja schon vorher haben wir ja schon bei den lümern wir ja schon gemerkt wir haben übrigens post eingegangen absender jane doyley forschung an g wird eingestellt die arbeiter corporation hatte entschieden alle forschung an g einzustellen die im netzlabor stattfanden sämtliche gelder für dieses projekt werden gestrichen und und der laborleiter wirken wird seinen posten sind enthoben absender b betrifft keiner vielen dank für ihre e-mail-leute bürken also interessiert sich sehr für diese sich entwickelte bio waffe und nicht um die kosten unsere unternehmen ist das best finanziertes best finanzierte des landes absender bürger kessler betreffend wie ich hörte ist die beinahe bereit sehr gut komisch nur dass sie das nie an das labor hier in der breite hale melden dass jetzt nie an das labor hier in der breite hale melden aber da kann ich ja darüber kann ich nicht wechseln also schicken sie doch die taten rüber werden sie so nett und herrsorge sie haben mit gegen gute art geleistet jetzt übernehmen wir haben sehr schnell durch die betreffend aber an uns bescheid sie werden in der tatverletzung lieber der blöcher profession verdächtig es war festgestellt dass sie die eigentüberschaft für das g-prep beanspruchen und notieren konzert die us-militär hatten bilder hat mitte antworten sie aber 45 stunden auf die vorladung des komitees naja wollte wohl da ihr wollt wo die geben alle wollen die wir nicht hergeben deswegen wurden wohl die leute geschickt die mit die mit abführen sollten und die givios proben sichern sollten aber wir bräuchten die givios wohl fast wie eine art kind oder sowas an also fast wurde gemerkt deswegen und deswegen wollte die givios wohl wohl der welt weg geben so ok schließlich bewahren wir schon mal so ok jaja so gut dann ja ja wisst ihr als jahr passiert das ist während der hause der historie von leon jetzt aber pnus 4 furchtungs tagebuch beobachtung zu einem regionalen wachstum proband 449 also ich hatte jetzt schon mal vorgeteilt das neue vorgibration des givios namen wie ein 50 cm lang ein schnitt von der brust bis zum abdomen vor und begann die beobachtung das medizinische team heilte als bewusstes probanden zwischen 15 wach und 10 punkten auf die gcs zu halten das bewusste des probanden versteht sich aber und von weiterer beobachtung wurde abgesehen der proband wurde dann entsorgt uhrachtung zur verwandung proband 501 das givios wohl proband 501 verabreicht 15 zu g form und wurde in eine gruppe von 30 probanden eingebracht nach zwei stunden rechtseitigen minuten kombinat weil als alle außer einem einem regierung implantiert wurde ein proband wurde entsorgt ein probar ein proband dabei hat man zusammen und nahe wie das leben als jenes hohe resistenz gegenüber dem t-virus proband 648 und 639 wir verabreicht das givios proband 648 welche eine leichte resistenz gegenüber dem t-virus zeigte das virus wurde dann proband 639 verabreicht zwischen 648 eine enge beziehung hatte 648 der anzeichen des widerstands nach 24 jungen wurde dennoch eine embryo partiert resistenz gegenüber dem t-virus hat hält den geistigen erfahrung durch das g-virus in keiner weise auf ok also nicht weil ich glaube da mussten wir also wir sehen hier sind wo alles g-virus embryonen oder t-virus mutierten also dann nehmen wir das erste mal alles was wir die munition herstellen können und stellen wir wir stellen mehr munition her wir wissen ja gleich werden wir ein und ne menge an munition brauchen wissen wir schon was nie in unserer story die so wir stellen wir stellen wir stellen ein paar stelle das nur Säuregranaten her was wir jetzt sagen ich es doch kann weil wir keine Waffe weil wir keine Waffe fieses Elektrogewehr herstellen können also keine Munition zumindest und ich sowieso finde dass Säuregranaten stärker sind wir haben auch gesehen bei niemandem schon eine Säuregranaten eingesetzt um gegen um um gegen um gegen um gegen bei war alle teme für diese viele pricing realizar aktuell zack habe ich schließlich pulver so kombinieren ok es war jetzt bei einem können wir also nicht nur banter die nur sehr herstellen das ist eine munition für die maschinenpistole also so nun denn wer sagen wo ist das was ist denn hier noch hätte ich noch mehr herstellen können aber zu spät von daher was soll es als mich aber schon vorerst mit der freige folge ließen in den fernst du bist gehabt da ich will ich will weil ich so wesentlich geschafft oder so oft zu sterben äh hm kann ich auch nicht tun um ihn zu herstellen so ok dann auf geht's wenn ich mir eigentlich noch mehr zu holen also ich glaube es wird wahrscheinlich das hier vorher sein was wir das wird wahrscheinlich das hier vorher sein aber ach so verdammt obwohl ich hier können wir trotzdem dran der wird ein oh sieh mal an ok oh ja hab dich Gott sehr dank das antivirus ok können wir auch noch speichern oh egal auf jeden Fall geht hier was zu holen lassen will ich noch haben so jetzt glaube ich das oh und dann oh was ist das oh was ist hier noch oh super dann dann das hier und äh stimmt das schießpulver so kombinieren so kombinieren so haben wir noch einen Säugern Säugernamen alles auch kombinieren so und ich weiß dass wir uns heilen müssen dass wir uns wo besser noch heilen sollten nehmen wir am besten auch mal das hier mit so und jetzt zeigen wir das zeigen wir das demotierten Video wirken also ja 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 ich speichern tja ja du arsch noch wieder William das endet jetzt nein 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 was ist dieses Ding es war mal mein Mann das ist der ist ist das das ist ich es ist das ich nicht ich weiß nicht nicht ich Ich hätte die Fahrkette... Oh, weiter. Er ist wieder stärker geworden. Ich mach das. Kann man sie sich um Sherry? Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Ich hab eine verdammt gute Ahnung. Was du auch tust. Hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hör sie zu. Dass du dich in den Trittst. Okay. Scheiße, ein Leben. Ich stehe vorbei, so Ich meine, es hat das Feuer Nunja, da haben wir die Vorles, müssen wir uns mit den St. Leern Wow Ich glaube, die Dörter bekommen, denn wir kommen in den Gebiots-Augen ganz und gar nicht gut. Hm. Au. Na, warte. Ich habe dich hier zwingen können, soll ich das besser nutzen, weil ich so fast das Auge hoffen zu treffen. Ah gut, wir können uns also vielleicht doch noch mehr holen. Aber vorher werden wir jetzt mal schauen, wie ich damit trifft. Ich habe mich mit dem Sommel da gehört. Ich habe mich mit dem Sommel da gehört. Ah, okay. See ya. Amnition, okay. Er ist der Verspray? Oder wir haben die Amnition? Ah, okay. I think that's an Erschlachtede. Es heilt aber ein Stillwilligium. Beruhigt bei etwas. Was? Aua. Okay, okay, also. Oh, fix. Zwei Däure getroffen. Zwei werden wir das nicht holen. Aber wir werden gar nicht trotzdem holen. Oh, wir haben aber so viele Waffe, die wir nicht mitgenommen haben. Das ist super. Eier. 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 Soll ich dir ein Sorgtegear abholen? Nein, Scheiße. Scheiße. Scheiße, dein Leben. Zwei ab. nachladen ich habe immer wieder was gemacht was er überhaupt gut empfinden kann wogemerkt Was ist jetzt, William? Was ist das? So, William, habe ich mir vorerst erledigt. Alle wissen aber, ich will aber, naja, egal, das wird er nicht, das wird er nicht, spoil wird er nicht. So, schnell zu Sherry, aufgrund ich mal, ja, schützt die richtige Richtung, in die richtige Richtung. So, was soll ich, was schaut jetzt auch an, diese eine Waffe mitnehme, die ich jetzt da, die ich jetzt jetzt mal da gelassen habe. So. So. So, das besser wird, also vielleicht jetzt war es hier, jetzt holen wir die Waffe, so, jetzt können wir die Waffe ausrüsten und nachladen, da haben wir wieder Platz, da die Munition, die jetzt nicht mehr da ist. können wir jetzt ID am Anfang nehmen, ich glaube, dass wir das vom Performing-Kampf jetzt mitnehmen nehmen sollten. Das heißt, wir müssen nämlich auch eher brauchen. da haben wir jetzt, weil das ist ja auch noch nass, denn Munition werden, denn, denn ich habe keinen Bock mehr auszuladen, wenn es nur nötiger ist. das heißt, ich versuche, ich will den Stead Assault oder wie ich von Summys, oder dass ich nicht angegriffen werden kann. Ach, kann ich hier eigentlich das Juni benutzen? Okay. Also, das ist jetzt so ein Armband. Also, hier wurde das ja von Ada gehackt. Also, gleich vielleicht einen anderen Weg. Also, haben wir jetzt in diesem Fahrstuhl besser als möglich. Also, das ist wirklich. Also, das ist wirklich möglich. Hey! Ich wusste, du schaffst es. Meine Mom braucht Hilfe. Annette? Ja. Ferry. Wie geht's dir? Was geht's dir? Du bist schon im Flüchtling. Es ist wirklich neugierig. okay aber du siehst nicht so gut aus ja komm ich verstehe ich werde stehen sie ist frei vom G-Virus also G-Virus glaub nicht G-Virus seit jeder wie G-Virus oh sorry oh bring meine Tochter sich in Heim tut mir leid Sheffy das alles wichtig ist es nur dass du lebst wir können sie nicht hier lassen du hast recht das nicht was bedeutet das ist der Selbstzerstörungscode falls das G-Virus das Gebäude verlässt ja ja bitte rette meine Tochter nein ja jetzt jemand ist jemand auch gestorben ja 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 ich ja ich ja nett zu mir bist, dass du mir hilfst, bin so froh dich getroffen zu haben, bin auch froh dich getroffen zu haben, Sherry, aber spar dir den Dank, dass ich dich hier rausbekommen habe. So, okay. Oh ja, wir klären wohl denselben Weg, nur dass vielleicht das ein bisschen als aufgeholt ist, ähm, Alruja müsste es leicht sein. Also wenn man das mit Jürgen vergleicht, müsste es doch scheiße leicht sein. Glaube ich zumindest. Ja, wir haben ja schon kein Volkskampfwässer, das brauchen wir ja mal mitzunehmen. Planen nach Norden in der ganzen Welt mitzunehmen. Was ist das, was das, was wir hier... Ich hab's gemacht, dass wir das ganz gut verpasst haben, ja, ich bin auch in der Richtung! Ich bin auch in der Richtung! Ich bin auch in der Richtung nicht, auch in der Richtung! Ich bin auch in der Richtung. Ich bin auch in der Richtung! Und noch schnell weiter Bitte fest, nicht mehr gesund durch, als Mikro nicht So, ist er hier durch Natürlich, das Missteil verschlossen Warte Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen Oh Mann, der Damm mieses Teil Frisst das Echt jetzt Oh nein Gut gemacht, Sherry Wir sind ein gutes Team Hatte einige Jahre heute Gänze alle Munition Jetzt kommt auch Das ist besser hier irgendwas Aber wir sind hier auch noch im Boss Keine Sorge Ich weiß das Hey Leute, ich tue keine Sorge Okay, wir müssen nochmal... Können wir schon da rein oder noch nicht? Ne, aber wir können auch schon da rein Was machen wir? Was machen wir? Allerdings, wir werden ja was ablegen Was können wir dafür ablegen? Heiß auch mal sowieso nicht mehr, also wegwerfen Werden klar, das ist wahrscheinlich auch weniger Wegwerfen, so So Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay Ich bleib hier, ich verspreche's Gut Sei vorsichtig Immer So So Nun denn Das der Teil wie auch bei Vion Und Vion können wir jetzt auch einfach hier einsetzen Und zum Nutzen Okay Irgendwas ist passiert Okay Okay, funktioniert Tja Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja Aber hier stürzt gleich alles ein Hör zu Du musst hier raus Schnell Ich weiß, keinen Weg raus Ich denke Wir können es alles schaffen Wo bist du jetzt? Claire Bist du noch da? Leon Die Verbindung bricht ab Kümmer dich nicht um mich Verschwinde von hier Leon Leon Mist Okay, also wir haben hier eigentlich eine Waffe Nämlich eine Minigun Und die benutzen wir jetzt auch Lass mich jetzt gleich Lass mich jetzt gleich Entschuldigung Das ist ein Torreden hören müsst Das ist ein Wicker Oh 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 oh. Oh fuck. Gut, gut, wir haben das zum Heilen da haben. Au. Oh, fack. Ich hab doch mal so viel überhandelt. Obwohl wieder mich. Ich hab doch das gleiche Zeit. Ich hab doch das zu gut, denn ich habe das nicht genug. Oh, oh, oh. Oh, okay, da ist der Weg. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Aber da werden wir, glaube ich, entscheiden, die wir eigentlich. Lange es doch sagen, wir zeigen die Zeit da unten rein, rechts noch klein, nicht noch klein, als die da ist. Dafür, das Brot, haut gut. Na, scheiße. Ja, ich glaube, hier verheilen und hier heilen, so. Einfach mal ein Stückchen. Was, noch mehr ist, mich verarschen. Au, die haben wir, 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 die haben wir. Wie das aussieht. Und nicht, die haben wir, die sind ja bisher der Bühne, weil wir schrecklich jetzt nicht mehr. Da war's, da war's ja schon. Okay. Tja, das war's. So ist, wir sind jedes Mal. Und wir haben wieder wieder die Bühne. Und wir haben wieder die Bühne. Das ist sehr schön. Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wirklich? So übel. Oh, ja. Claire! Leon! Ist so gut, dich zu sehen. Hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Hast du. Wer ist das? Das? Das ist Cherry. Okay. Scheiße! Was war das? Keine Ahnung. Du bleibst hier bei Cherry. Ich geh mal nachschauen. Ich geh mal nachschauen. Hier ist noch was. Also, ich wäre ja jetzt noch mal ab. Da hat sie denn, ich glaube, wir. das ist schon, ich glaube wir haben schon fast einen Linn eigentlich, hätte ich auch vermissen, also dann, ich war dann spannend, bis zum nächsten Video, dann machen wir das Ende, bis da, bis da Leute.